so ist der Welt Braschen auf nur schockt an die Leer nur schockt die Leer und das wird was das kann was werden aber auch Röntgen so um wir nehmen nämlich mal wieder die Pionier ich müsste mal schließlich hier sind nämlich versorgen zu starten ich weiß nicht ich weiß es ist sie nehmen ich weiß nicht was ich nehme wie die Miete so ist es es könnte ich habe versucht zu sagen der Schaubspieler ich mache jetzt Braschen ein Traumau ich weiß es nicht ich steck auch mal jetzt hier aus war au so da hinten ist ein Schnipser da hinten ist ein Schnipser ich hab ganz genau gesehen ich bin nicht behämmert oh ich sag's bitte nicht ich wollte grad sagen hepp das Wasser wir lieben Wasser so mach mal jetzt da zunächst hin du bist du bescheuert meine Fresse 1 2 3 weg und 4 sehr schön wow voll geil nein ja nein wieso hat er nicht geschossen n n n n n n n n blöd so follow me n 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 die rückendeckung höchsten rad ist wer durchkommt ist tot ich hab's doch gesagt los jungs ich hab einen feindlichen soldaten in eurem gebiet gesichtet los sehr schön so ist hier was aber los oder so und sterben gerade so viele leute da unten wird er oder schon nicht getroffen mensch kommst du her Ich will dich töten Ich will Meh Na gut Dann nicht So Flankieren wieder mal Weil ich ihn ja ganz außer Wir müssen unsere Soldaten Im Hinterrück unterstützen Dass die nicht hier auf Irgendeine Art und Weise Abgeschossen werden Das Ding rum Müssen wir hier hinten rum Durch Um wir vielleicht Nach hinten entdecken geben können So Mal gucken hier Auch so wie es aussieht Das ist von Guska Da müssen wir aufpassen Okay das ist von Guska Das ist gefährlich Feindliche Flugabwehr Over Hey Mann Stopp dir die Munition So Nächster Daumen Vorsicht Ich habe den feindlichen Soldaten In Ober Hab gerade den feindlichen Soldaten In Ober Fuck Ist das tot? Ja Zürich Ich habe den feindlichen Soldaten Ich habe den feindlichen Soldaten Sooo, warte geht's. Na 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 na! Ich find nichts! So, wunderbar. Ich bin ja eigentlich kein Camper, ich geb meinen Leuten noch von hinten Unterstützung. Augen offen halten! Gar nicht. Ich muss ja irgendwie... Ist die... Habt ihr mich gesehen? Ne, Gott. Das nehmen wir nicht. Dann... Oh! Oh! Auf! Liederhaltung! Wo ist denn gerade? Scheiße! Fuck! Fuck, Alter! Scheiße! Scheiße! Normalerweise müssen... Leute wie ich jetzt... ...die Position verlassen. Ah, okay, bringt nichts. Hier bleiben wir als Todesurteil. Hier ist hier vor. Aber das muss ich jetzt schon voll lang genug verraten. Hepp! Hinlegen! Sooo... Lagen... Plattverein auch. Achtung! Die Ladung wurde gesetzt! Over! Wir hatten einen feindlichen Panzerjäger in eurem Einsatzgebiet. Sooo, was ist los? Jungs! Feindlicher Soldat in eurem Gebiet. Over! Jungs! Ich kann's auch nicht ewig aufhalten. Fürst da... So... Achtung! Wir haben das Einsatzziel ausgeschaltet! Over! Hilfe! Hilfe! Die Ladung ist scharf und... Oh, das sind Sinnmassen, Alter! Munition! Oh, Leute. Das sind aber viele, ey. MEPBALA! Da bringt die Granate irgendwas. Achtung! So, leike Boss, Alter! Mann! Hammerhart! So! Nu, wat nu, wat nu! Ich bin gerade überfordert. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, ja. Abdecken! Hier sind deine Kugeln! So, nachladen. Oder? Ja. Loading! Reloading! Reloading! Ja, da oben sind immer noch aufgeladen. Oh-oh. Oh-oh. Aaaaah! We gehen weiter, Jungs! The fuck! Go, 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 go! Lauft! 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 Lust die scheiß Gelegenheit und lauft! Was denn war das? Noch nicht? Was ist das? Was ist das? Jeder war der Jäger, sie sind über! Hinterhaltung! Da war uns, ich hab's gesehen! Da sind sie doch! Du bist fertig! Ich bin traumlos, ich tue euch nichts. Ich muss niemanden killen. Niemals. So, wir gehen mit auf den Außerhalb der Deckung. Wir sollten Rennschirm sein. Ich habe gerade eine feindliche Flugabwehr gesehen, ober. Nee. Achtung, die Springladung ist gesetzt und scharf, ober. So. Feindliche Flugabwehr ist in der Nähe, ober. Scharf. Warte, hab ich gesehen. Für meine Gelegenheit. Raubit! 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 Oh, da macht schon einer zu viel. Sehr schön. Bin ich ja ähnlich, da hier versuchten, außen rum alles einzunehmen und alles hier zu klären, so wie das geht? Wirklich schon, ja? So, Leute. Oh, da geht's weiter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sehr schön, Jungs, sehr schön. So, wir gehen jetzt hier hoch. Hier ist deine Munition. Was ist jetzt hier? Ne. Katzak, und doch? Oh, hinten rennt sich nochmal. Ah, das bleibt dann auch. Mensch. So läuft das. So muss das machen. Flankiertaktik 1.0, Alter. So können das alle aufhalten. Ungelogen. gefällt die Mutternkeiten. Nutzung im Westen. Ytta. Ytta dadabada Dadadadada. Meine Fressen, alter, hier geht's ab, alter. Muahh. So. Wir rücken vor, also los, kommt in die Crewsён. Kommt in die Crewsnn. Wir sind noch cool. Hobski und wollen sie dir. Hier sind noch cool, holen sie dir. Zwei strands. Das hat mies mit Camping zu tun, das ist taktisches Warten. Ich lasse meine Freunde, also ich tue meine Freunde im größten Maße zu unterstützen, dass die hier in Ruhe einnehmen können. Und dass gewisse Soldaten, Anti-Air, bitte Vorsicht. Da war noch einer, Digger. Bin ich mir ganz sicher. Da war noch einer. Abdon? Kann ich? Okay, go. Der Kurs. Go, 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 Jungs! Aufgehen! Aufgehen! Wunderbar. Das läuft doch alles am Schnürschchen hier. So. Man, Tiers da hinten. Oh, das sind viele Soldaten, das ist keine Ahnung. Da rein rennen wir jetzt ein bisschen selbstmörderisch. Ich denke, wir werden einfach wieder flankieren. Hier kommt deine Munition. Nimm sie dir. Mach mal nach. Ne, ich hab noch eine Munition. So. Eigentlich ist... Okay. Nochmal. Nochmal. Außenrum. Nein! Nein! Ich will nicht sterben. Ich bin weg von der Wand, Jungs. Ich bin weg von der Wand, Jungs. Aber ich... Oh, das ist ja später. Der hat schon... Achtung! Wir kontrollieren jetzt die Bade! Und... ... die Handelkopf! Oh! 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 Das war Epic Fail, da hab ich nur. Drea, nimm mich jemand! Bitte! 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 So, los, go, go! Das ist nicht ernst, oder? Och! Ja, schön! Denke Bus! Go, go, go! So! So, lass ihn reinrennen! So! So! Ist das jetzt drin schon? Scheiße! Nein! Nein! Ja! Nein! Das lief grad so gut! Jungs, Dreck! Ja, beinahe, haben's geschafft! Passiert! So! Bin drin! Wo ist der Antea? Da hinten? Beritt doch immerhin jemand? Wow! Wow! Oh! Oh! Ja, so, Munition! So, ist hier irgendwie... Smuff schießen? Nicht wirklich wahr! Nichts, wo ich sehe dich! Sehr schön! Wir haben das Einsatzziel ausgeschleucht! Jungs, du dich eins! Warte! Ich komm mit! Halt! Jungs, da passen 6! Da passen noch 4 Mann rein! Floi! Leute! 4 Mann! Ey! Ganz herrlich jetzt! Hier! Deine Kugel! Da haben noch 4 Leute reingepasst! 4 fucking Leute! Ey! Mal ganz ehrlich! Na ja, gut! Rabbit aufregend bringt doch nichts! Was ist der Rischepistole oder wen ist das mit? Ja! So! Nehmen wir A ein, wa? Zumindest das versuchen muss! Oh! Achtung! Achtung! Die Sprengladung wurde gesetzt! Over! Komm, was geschafft war! Wir haben eine Kornade da hinten! Das ist schlecht! Oh! Ich habe eine Kornade hier gemacht! Was? Oh! 1! 1! 3! worthy europa Schiff! 1! alter schwede leute guckt euch das an es war zwar ein wenig kämpfen aber ich habe endeffekt meinen team unterstützt dass die halt die feinde also gekillt werden gelohnt hat sich das war jetzt übrigens auch vollgelohnt gerade das war exakt der alter schwede like boss hier 29 zu 4 das war jetzt mal richtig brutal 22 kills mit der lmg hat sich lohnt aber irgendwas freigeschaltet ja frontgriff und laserpainter von meiner lmg gut das war's für mich im ravel boom wir sehen uns in der nächsten rushrunde bis dahin ciao und ja